Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wenn die Blätter rot und gelb leuchten und... Und kurz darauf schon abfallen, aber im Sommer da... Ein schöner Herbsttag im Oktober. Man kann Pilze suchen gehen, Kastanien sammeln oder einfach nur durch das heruntergefallene Laub schlendern. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben derasilienischen Gruppe. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der Nähe von drei bis fünf bis zehn Minuten. Vielen Dank.